In einem weit entfernten Land mussten die Goblins aus ihrer Heimat fliehen und wurden von den Orks versklavt. Jetzt liegt es an dir, den Goblins zur Flucht zu verhelfen. Sammle deine Truppe. Löse Rätsel, um die Unwegsamkeiten zu überwinden. Nutze brillante Strategien, ausgetüftelte Erfindungen und einen mächtigen König, um die Orks aus dem Weg zu räumen. Versuche dabei, bitte nicht alles kaputt zu machen. Und entkomme den Orks. Rayan Riddle's Rise of the Goblin King ist ab Sommer 2016 erhältlich. Vorsicht vor den Hühnern! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Spokojnej ночi, zasranet! Das ist ein bisschen besser! Es ist kreppig, als meine Hände. Ich brauche einen Kлюч. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020